Welcher ist dein Lieblingsdialekt? Mein Lieblingsdialekt ist der Lauschardialekt, mein Heimatdialekt in meinem kleinen aber feinen Heimatdorf. Filme lieber in voller Länge oder in gehörzter Version sehen? In voller Länge, wenn es geht. In was für einer Welt wären wir, wenn Politiker alles wahr machen würden, was sie versprechen? Das kommt drauf an, wenn man dann wählen würde, wenn man davon ausgehen würde, dass jeder das macht, was er verspricht. Lieber Nachrichten lesen oder Sprachnachrichten anhören? Sprachnachrichten anhören. Ist die Luft da oben frischer oder stickiger? Im Sommer frischer auf jeden Fall. Einen Schuldigen verteidigen oder einen Unschuldigen verurteilen? Dann lieber einen Schuldigen verteidigen, oder? Wieso sind die einen schlauer als die anderen, obwohl das Gehirn bei allen gleich groß ist? Ja, der Kopf ist ja nicht gleich groß. Ich glaube, es hängt einfach stark davon ab, was jetzt noch im Zwischenraum sich abspielt. Das Gehirn ist bei jedem gleich groß und man kann so einen riesen Kopf und dann ist ja die Raum für Reibung. Ist es besser, ein großer Fisch in einem kleinen Teich oder ein kleiner Fisch in einem großen Teich zu sein? Lieber ein großer Fisch in einem kleinen Teich. Wie kommt es, dass Dinge, die dich glücklich machen, nicht alle anderen auch glücklich machen? Weil es sehr verrückte Dinge sind. Lieber ewig auf der Flucht oder zehn Jahre im Gefängnis? Dann lieber ewig auf der Flucht. Danke. Soll das okay aus mit dem Runtergucken? Ja? Okay.